So gibt es hier Schluckwüter, aber wir üben nochmal. Möwen sehen gut aus, oh ja, Möwen sehen gut aus, ne, hier sind mein Beck, oh guck mal da hinten Leute, hier haben wir nochmal einen Campingplatz gefunden, illegal angesiedelt. Oh, ich hab ne Maschierte, Hammer, oh, wo hast du die Gabel gefunden, Plastik? Einen Schofflinderaufsatz, oh, nicht essen, oh, das wollte ich nicht, oh, ärgerlich. Okay, das ist ärgerlich. Hier hätten wir auch schön bauen können, oder? Das sieht aus, als wäre hier hinten wirklich nichts mehr. Ja, da hätten wir uns hier hinten schön zu bauen können, glaub ich. Naja, gut, irgendwann findet man halt diese Stellen. Aber es ist noch so nah dran, da würde ich jetzt hier noch nichts bauen. Wie kann ich, ah, ich würde, komm mal her, komm mal her, komm mal her, weiter, weiter. Oder geht das? Oh, ich, 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 ich würde ihnen das so gerne geben einmal. Taktische Ärger. Oh, vielleicht brauche er nochmal Klamotten. Das kann natürlich sein, dass er nochmal Klamotten halt einfach braucht, dass die deswegen noch Angst hat. ist. Ne, okay, dann können wir doch mit. Folge mir. Dass wir vielleicht nochmal wirklich ein zweites Paar andere Klamotten hinzulegen sollten, oder eher sich. Ist ja auch für so ein kleiner Trampelvater, oder? Ja. Ja. Ich glaube, da oben ist nichts. Ich glaube, hier ist nichts. Ich glaube, hier ist nichts. Oh, wo läuft denn der jetzt ganz hin? Holy shit. Okay. Okay. Krass. Das geht, oh, ist das gigantisch. Das geht hier noch richtig weit weiter. Oh, das geht. Oh, das ist gigantisch. Alter. Da vorne. Da ist ein Dorf. Da war nicht von den Eingeborenen, oder? Da ist ein Dorf. Scheiße. Der ist gefesselt. Der ist gefesselt. Oh, ist das gut oder schlecht? Ja, ein neues Werkzeug. Geil. Da. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn ich ihn jetzt frei mache. Vielleicht hilft er uns ja. Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist das aber auch böser. Ich mach den frei und lauf weg. Lauf. War das gut oder schlecht? Du bist alles fix und fertig, oder? Mutes da. Scheiße. War das jetzt gut oder schlecht? Das ist nicht. Nicht. Oh, warst du sübbeln? Ah. Schlecht hier. Ja. 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 Wissen? Was war das? Da. Tantenrützungen tragen. Ein bisschen auszuziehen wäre jetzt echt absolut nicht verkehrt. Ist halt die große Frage, ist es schlau, Insel in ein Dorf zu gehen dafür? Wenn es noch einer. Nicht theoretisch gehen, erstmal wegmachen. Dann hätte ich nochmal eine zweite Haut. Achso, wir sind festgebunden. Frech. Ich wollte euch eigentlich nicht angreifen. Das Menschen. Das Menschen. Nein, okay. Der räft an. Dann. Fuck, der bleibt wirklich krank. Das war schon lustig. Keine Ahnung. Aber irgendwie war es lustig. Guckt ihn sich an, oder er ist tot. Werdig. Das war ja. Ich fahne dann ein. Ich fahne dich wie es ist. Ich fahne dich als Töchter. Ich meine, der Club-Axt hier nicht, ne? Schade. Der hat gut, sehr gut ausgehalten. Die Frage, was machen die jetzt hier? Wie viel Scham macht denn das? Kaum. Wo ist er? Oh, mein Ausdauer. Das hat grad lang gedauert. Kau. 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 Das hat mir gerade ein bisschen gezahnt zu wandeln. War das gut? Schade, dass der nicht mit angreift. Kann ich nicht speichern? Nee, schade. Geil, die Zeit ist hier schön. Schade, hier kann ich nichts machen. Aber nur weil er Haut hat. Die schützen der Haut sogar. Da gucken wir mal kurz zu. Das ist malgeletz, was erinnert. Was hättest du erwartet? Dachtest du jetzt... Oh, da sind noch Gegner. Naja, die greife ich jetzt mal an. Die haben jetzt nicht schon vier von Leuten weggemacht. Oh! Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Okay. Also... Das ist gigantisch, krass. Okay, dann würde ich jetzt gerne trotzdem mal kurz gucken, wo jetzt hier ein Süßwasserfühl los ist. Mir scheint Hardcore selten zu sein. Ah, verflucht. Ich würde... Ich weiß es nicht. Was würde ich... Was würde ich jetzt machen? Ich würde schon mal kurz hier hoch... Komm, ja. Ich würde jetzt laut mal kurz hochgehen und gucken, wo hier die Wasserquelle ist. Ob ich daraus trinken kann. Okay, ich verstehe es auch ein bisschen. Jeder... Ähm... Ward... Hat hier sogar gesehen einen Boss. Der Rest ist eigentlich so... Eigentlich eher so da. Das ist natürlich nie, was für krasse Dinger es hier noch so gibt. Ich bin aber sehr gespannt, ehrlich gesagt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich würde hier nur saufen wollen. Ich würde jetzt mal kurz sagen, was er geht zu sehen, kann ich sagen. Eigentlich, was er geht zu sehen. Was passiert, will ich jetzt wissen? Nee. Ok. Der läuft nur weg. Ok, ich würde sagen, jetzt hier irgendwas abfällen oder so, das brauche ich nicht machen. Wie gehe ich jetzt hier? Einfremdung? Oh Gott. Scheibenkleister. Was mache ich jetzt? Von dem Never Ever kommt der drunter. Und nicht er. Ja. Oh, okay. Ja. Ja. Ach so. Brauche ich es runter. Ich speicher. Ich versuche mal zu schlafen. Mit mir am Tag ist es eigentlich nicht gut. Ich habe Hunger. Ich versuche mal zu schlafen. Mann. Bis zum nächsten Mal.